Hallo, Leute, hier ist Hazel. Heute kommt der versprochene Geburtsbericht Teil 2, ein Jahr später. Weil mir dieses Video tatsächlich schwerfällt, weil ich noch mal verarbeiten muss, was mir passiert ist. In Zukunft gibt es auf diesem Kanal allerdings nur noch Reaction-Videos. Falls ihr mehr persönliche Themen aus meinem Alltag erfahren wollt, dann folgt doch gerne meinen neuen Vlog-Kanal. Den verlinke ich euch. Bevor wir zum eigentlichen Inhalt kommen, dieses Video ist nicht nur für Leute, die Kinder bekommen, sondern auch allgemein Leute, die irgendwann vielleicht mal einen Krankenhausbesuch haben oder Ähnliches. Das ist für euch dieses Video, weil wenn man im Krankenhaus ist, ist man in einer besonders verletzlichen Situation. Und wenn die Leute, die dir helfen, nicht so sind, wie du es erwartet hast, kann die Situation manchmal schnell ausatmen. Falls hier Leute aus der Pflege sind, wenn ich sage, die Schwester hat das und das gemacht, dann meine ich auch die Schwester, genau die hat das und das gemacht und ich meine nicht euch und ich möchte auch niemanden verallgemeinern. Wir haben ein scheiß Gesundheitssystem, das ist nun mal Fakt. Unsere Pflegekräfte sind überarbeitet, unterbezahlt und dann kann das halt mal vorkommen. Aber wie gesagt, dieses Video ist eher so für Leute, die irgendwann mal einen Krankenhausbesuch haben und vielleicht ihnen etwas Schlechtes widerfährt. Vielleicht kann euch dieses Video helfen. Die meisten Menschen haben Angst vor der Geburt. Dabei kann ich sagen, dass die Geburt an sich gar nicht das Schlimmste ist, sondern die Wochen nach der Geburt. Rückblickend ist die Geburt sogar was ganz Natürliches. Ich habe mich schon darauf eingestellt, dass ich eh nichts machen kann. Wenn es losgeht, geht es los. Die Kontraktionen sind ganz normal und irgendwann kommt das Kind auf natürliche Weise raus oder eben durch Kaiserschnitt. Aber genau, also genau davor hatte ich eigentlich gar keine Angst. Und viel schlimmer sind eigentlich so die Folgen nach der Geburt, weil es ist nicht nur die Geburt oder der Schmerz, also die paar Stunden Schmerz, die man hat, sondern danach ist ja etwas passiert. Ein ganz großer Kopf ist zum Beispiel rausgekommen und man hat unter anderem ein paar Geburtsverletzungen und während der Schwangerschaft hat man ja auch ganz viel Gewicht mit sich getragen und davon trägt man auch ein paar Schäden. Keine Ahnung, zum Beispiel kann man nicht mehr so gut Wasser lassen oder der Beckenboden ist ruiniert und muss wieder rückgebildet werden und, und, und. Also eigentlich ist die Geburt an sich nichts Schlimmes. Aber sie vergeht und man weiß, dass sie vergeht. Aber ja, die Wochen und vielleicht auch die ersten Tage nach der Geburt, die sind wesentlich anstrengender. Darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen, vor allem, wenn man die im Krankenhaus verbringen muss, wie ich. Und ich will eigentlich niemanden Angst machen, sondern vielmehr die Wahrheit erzählen, damit man sich viel besser darauf vorbereiten kann. Für die Leute, die meinen Geburtsbericht Teil 1 schon geschaut haben, die wissen ja, dass ich genäht worden bin, zweimal. Also das Nähen an sich war gar nicht so schmerzhaft, weil man Schmerzmittel bekommen hat. Deswegen keine Angst davor. Nachdem ich genäht worden bin, war es schon wieder relativ spät, so gegen 19 Uhr. Und eigentlich ist da ja die Besucherzeit vorbei. Und was ich dann halt richtig nice fand, ist, dass ich danach in ein separates Zimmer gehen durfte mit Dirk für circa zwei Stunden. Also da waren nur wir drei meistens. Und das war eigentlich ganz schön, dass sie mir noch so eine Kennenlernzeit gewährt haben mit Dirk und mit Baby. Aber weil ich genäht worden bin, hatte ich eigentlich noch gar keine Zeit, mein Kind anzulegen. Falls ihr nicht wisst, was anlegen heißt. Anlegen bedeutet einfach wirklich stillen, wenn man das Kind an die Brust anlegt. Das ist das Fachwort. Direkt nach der Geburt durfte ich mein Kind nämlich noch eine halbe Stunde lang halten. Dann wurde ich zweimal genäht. Und währenddessen hatte dann Dirk das Vergnügen, das Kind zu halten. Aber normalerweise, wenn ein Baby auf die Welt kommt, versucht man eigentlich direkt, das Kind anzulegen. Weil das Kind hat so einen Suchreflex. Das sucht direkt nach der Geburt, nach der Brustwarze. Richtig verrückt, oder? Ja, meine Brustwarze hat er nicht gefunden. Aber Dirk. Aber nachdem ich dann genäht worden bin, zweimal, kam dann auch eine Schwester in unser gemeinsames Zimmer und hat mich gefragt, ob ich dann jetzt mal anlegen möchte. Es wäre dann auch mal an der Zeit. Und ich so, na klar, das ist das, was ich gelernt habe. Ich habe von meiner Hebamme gelernt, wie stillen funktionieren soll, theoretisch. Und ich wusste, ja, natürlich, ich muss sofort anlegen. Wir haben es dann versucht und es hat nicht geklappt beim ersten Mal. Was vollkommen normal ist, weil stillen muss von mir gelernt werden, also muss von der Mutter gelernt werden, aber es muss auch vom Neugeborenen gelernt werden. Also deswegen ist es ganz normal, dass es nicht funktioniert hat. Mein Problem war bloß, dass sie mich vollkommen unter Druck gesetzt hat. Und Dirk hat auch schon voll so gemerkt, so scheiße, hey, sie ist übelst sauer und genervt, weil die so richtig Druck gemacht hat. Es hat halt einfach nicht funktioniert. Und dann meinte sie aber, es muss funktionieren, weil wir müssen gleich einen Zuckertest machen mit dem Kind. Und wenn es nicht gegessen hat, dann können wir auch keinen Zuckertest machen. Es muss funktionieren. Und dann hat sie die ganze Zeit so hart rumgenervt. Sie hat sogar dann so Prämilch geholt, also so außenmittelbar. Brustmilch, was ich halt überhaupt nicht wollte. Es steht, stand, ich habe natürlich alles ausgefüllt, bevor ich in dieses Krankenhaus gegangen bin und ich wollte mein Kind nicht zufüttern. Und sie holt das und meinte so, ja, wir wollen das Kind jetzt motivieren, mach ein paar Tropfen rein. Und damit das Kind motiviert wird, dann auch an der Brust Milch zu finden, sozusagen. Und das haben wir ausprobiert, hat nicht geklappt. Und dann kam irgendwann noch so eine zweite Schwester rein und meinte, was macht ihr hier? Warum dieser ganze Stress? Und dann sie so, ja, wir müssen ja einen Glucosetest machen. Und dann meinte die andere Schwester halt, nee, wir müssen keinen Glucosetest machen. Den können wir auch noch morgen früh machen oder innerhalb von 24 Stunden. Das reicht. Dann hat die andere Schwester, die mich halt die ganze Zeit unter Druck gesetzt hat, gar nichts mehr gesagt, weil es war halt einfach nur noch unangenehm, dass sie die ganze Zeit so rumgestresst hat für etwas, was halt nicht notwendig gewesen ist. Und Fazit ist halt einfach, im Krankenhaus sagt jeder was anderes. Der eine sagt, jetzt muss der Zuckertest gemacht werden. Die andere sagt, nee, muss nicht gemacht werden. Und auf wen soll man sich verlassen? Das waren meine ersten Stunden nach der Geburt schon mal nicht so nice. Was ich aber rückblickend in der Situation hätte machen sollen und was ich halt daraus gelernt habe, ist, ich hätte der ersten Schwester halt einfach sagen können, hey, was du da gerade machst, ist voll kontraproduktiv. Du setzt mich vollkommen unter Druck. Und so wird das mit dem Stillen auch nicht klappen. Aber wer traut sich sowas schon? Eigentlich niemand. Außer Personen, die gut vorbereitet sind, weshalb ich auch dieses Video mache. Irgendwann musste Dirk ja dann auch gehen und dann so gegen 22 Uhr bin ich in mein richtiges Patientenzimmer auf der Wochenbettstation gegangen mit meinem Kind. Es hat sich rumgesprochen, dass ich die Lady bin, die 36 Stunden für die Geburt gebraucht habe. Ja, wirklich, es hat sich rumgesprochen und die haben teilweise auch immer so Witze gemacht, so, sie sind die, die 36 Stunden gebraucht hat. Ah, ja, okay. Ah, bei der nächsten Geburt sind es nur noch 26 Stunden. Genau. Witze werden auf jeden Fall gemacht. Auf welche Kosten, ist die Frage. Aber was ich an der Stelle hervorheben möchte, ist, dass in den ersten Stunden sich richtig, richtig gut noch um mich gekümmert worden ist, weil man eben wusste, dass es die Lady, die 36 Stunden verbracht hat mit der Geburt. Und ja, in den ersten Stunden habe ich regelmäßig eine Kühlbinde bekommen. Falls ihr nicht wisst, was es ist, das ist eine ganz normale Binde und die kühlt halt unten und das ist halt nach der Geburt auch mega, mega wichtig. Und da habe ich regelmäßig eine Kühlbinde bekommen. Die Windel von meinem Kind wurde auch in den ersten vier Stunden gewechselt. Das war auch ganz nett von denen, aber original wurde einmal die Windel von meinem Kind gewechselt, ohne dass ich gefragt habe. Von Anfang an wurde mir gesagt, ich soll immer klingeln, wenn etwas ist. Und wenn man mir das sagt, dann nehme ich das natürlich ernst. Und ich habe ja von meiner Hebamme gelernt, dass man in der Regel alle vier Stunden die Windeln wechseln sollte. Natürlich die Ausnahme, wenn groß gemacht worden ist. Und ja, irgendwann musste halt wieder die Windel von meinem Kind gewechselt werden, also habe ich geklingelt. Dann kam irgendeine Schwester rein und sie hat gefragt, was ist los? Meinte ich, können Sie bitte die Windel von meinem Kind wechseln? Und sie hat gesagt, ihr Ernst jetzt? So, so, als ob dafür hast du mich gerufen und ich war dann im Kopf so, aber sie haben doch gesagt, wenn etwas ist, soll ich klingeln. Habe ich natürlich nicht gesagt, ich habe dann einfach plump rausgehauen, äh, ich weiß nicht, wie es geht, können Sie es mir zeigen? Und dann hat sie aber doch noch ganz lieb reagiert und meinte so, oh, okay, natürlich, ich zeige Ihnen, wie das geht. Und dann musste ich natürlich aufstehen. Und sie hat mir gezeigt, wie man die Windeln wechselt. Und für mich war das eigentlich nur so, jemand muss mir das mal zeigen, damit ich die nächsten Tage die Windeln von meinem Kind alleine wechseln kann. Weil es wird sonst keiner das für mich tun. Und der Grund eigentlich, warum ich die Schwester zum Windeln wechseln gerufen habe, es ist voll banal, natürlich könnte ich die Windeln von meinem Kind wechseln, aber mir wurde von den Ärzten gesagt, dass ich nicht aufstehen soll und auch nicht sitzen soll. Zum Windeln wechseln hätte ich halt aufstehen müssen. An dieser Stelle muss ich noch mal erwähnen, ich hatte Geburtsverletzungen in dritten Grades. Dann hatte ich auch noch einen Katheter. Ein Katheter ist so ein Schlauch an der Blase, was verbunden war mit einer Tüte Urin. Und wenn ich jedes Mal aufgestanden bin, musste ich diese Tüte Urin mittragen. Also ich habe sowieso nur eine Hand frei. Also deswegen war es für mich voll schwierig, Windeln zu wechseln, damit ihr mal meine Lage versteht, warum ich geklingelt habe. Ich klingel ja nicht, weil ich denke, ich bin die Königin der Welt, sondern weil ich wirklich Hilfe brauche. Und irgendwann habe ich dann auch keine Kühlbinde mehr gebracht bekommen. Das fand ich ein bisschen weird. Deswegen habe ich geklingelt und gefragt, hey, kann ich eine Kühlbinde kriegen? Und dann hat die Schwester, die dann auf mein Klingeln gekommen ist, gesagt, das ist doch verrückt. Warum habe ich nicht schon lange vorher nach einer weiteren Kühlbinde gefragt? Weil das gerade voll wichtig ist, dass ich mich da unten kühle. Und ich so, ja, ich wusste es doch nicht. Mir wurde bis jetzt immer eine gebracht. Ich weiß auch gar nicht, in welchen zeitlichen Abstand ich die wechseln soll. Und mir ist einfach nur aufgefallen, dass ich schon lange keine mehr hatte. Also habe ich geklingelt und nach einer gefragt. An dieser Stelle muss ich auch sagen, so in den drei Tagen, die ich im Krankenhaus war, habe ich, keine Ahnung, Kontakt mit 20 Schwestern oder so gehabt. Ich konnte keine Bindung mit denen aufbauen. Es war einfach unmöglich. Man hat gefühlt, jedes Mal ein neues Gesicht gesehen. Und deswegen ist es halt auch so schwer. Ja, aber man kann sich mental darauf vorbereiten. Deswegen erzähle ich es euch. Ich war natürlich überemotional aufgrund von Hormonen, was auch ganz normal ist. Aber ich glaube, würde ich jetzt zum Beispiel nochmal in diese Situation gehen müssen, wäre ich halt wesentlich selbstbewusster, weil ich weiß, was auf mich zukommt. Generell war eigentlich das Hauptproblem immer so der Ton von den Schwestern, weil der Ton macht die Musik. Ich kann es natürlich verstehen, so dass der Job richtig, richtig anstrengend ist und sie überarbeitet sind. Aber wiederum arbeiten sie auch auf der Wochenbettstation. Und Wochenbettstation heißt, da sind nur Frauen, die gerade entbunden haben, also höchst überemotionale Wesen. Da verstehe ich das dann immer nicht, warum man denn immer so streng ist und so tut, als ob ich dumm wäre oder so. Oder empfindlich. Ich weiß nicht. Also man muss sich darauf gefasst machen, dass wenn man klingelt, halt so eine Sprüche kommen wie echt jetzt fürs Windeln wechseln, echt jetzt können sie sich nicht selber eine Kühlbinde machen. Man muss sich darauf gefasst machen und gute Antworten vorbereiten. Wie zum Beispiel hätte ich einfach sagen, so, ja, echt jetzt? Ich brauche eine Kühlbinde. Ja, bitte, wechseln Sie die Windeln von meinem Kind. Ich kann nicht aufstehen. Es sei denn, ich nehme die Tüte Urin mit. Wollen Sie das? Noch ein Beispiel, wo ich mich rückblickend hätte durchsetzen müssen, ist Tee. Ich habe am Anfang noch so eine Kanne Tee gekriegt. Also da sind halt zwei Liter Tee. Das reicht natürlich nicht für drei Tage. Und der ist mir dann irgendwann ausgegangen. Dann habe ich geklingelt und gefragt, können Sie mir noch eine Kanne Tee machen? Und dann hat sie gesagt, es ist wieder komplett eine andere Schwester, die Küche ist am Ende des Flurs. Und dann ist so, danke für die Information. Und dann ist sie halt gegangen. Also sie ist wirklich gekommen, nur um mir zu sagen, wo die Küche ist. Und ja, an der Stelle hätte ich halt einfach sagen sollen, die Ärzte haben gesagt, ich darf nicht aufstehen, ich darf nicht sitzen. Das bedeutet auch, ich darf nicht bis zum Ende des Flurs gehen und warten, bis Wasser kocht und mir Tee selber machen. Vielleicht lag es auch ein bisschen an der Pandemie, weil normalerweise dürfen ja die Männer oder vielleicht auch die Mütter der Mütter mit bei der Neumutter sein. Und wegen der Pandemie durfte Dirk eigentlich nur eine Stunde am Tag bei mir sein, von 15 bis 17 Uhr für eine Stunde. Und sonst durfte mich keiner besuchen und vielleicht sind dann die Pflegekräfte einfach nicht daran gewohnt, dass sie alles machen müssen, weil normalerweise ja immer jemand da ist. Ja, ich hatte einfach ultra Pech, muss man sagen. Ich hatte erstens eine schwere Geburt, zweitens während der Pandemiezeit, wo ich keinen Besuch gekriegt habe beziehungsweise nur eine Stunde und quasi mir niemand geholfen hat. Ja, ich glaube, das sind so die zwei Faktoren, weshalb ich so ultra Pech hatte einfach. Und ich habe auch direkt gemerkt, warum ich am Anfang nach der Geburt so gut behandelt worden bin und dann ein paar Stunden später nicht mehr so gut. Und das liegt einfach am Schichtwechsel. Oh mein Gott, Schichtwechsel ist so schlimm. Als ich nach der Geburt gekommen bin in meinem Patientenzimmer, wussten alle noch, wer ich bin. Ich bin die Lady mit der 36-Stunden-Geburt und es war anstrengend und sie soll nicht laufen und nicht sitzen. Man muss ihr helfen. Und deswegen hat man mir in den ersten Stunden noch so viel geholfen, mit regelmäßig Kühlbinde, mit Tee, mit Windeln wechseln. Aber irgendwann, sechs Stunden später, kommt ja ein Schichtwechsel und die neuen Pflegekräfte kennen mich halt nicht beziehungsweise sie könnten mich kennen, aber sie fragen nicht nach und gehen halt einfach davon aus, dass ich eine Easy-Geburt hatte und kein Katheter zwischen den Beinen und dass ich alles machen kann. Und das ist, glaube ich, auch so ein großes Problem. Und ihr müsst euch mal reinziehen. Ich hatte zehn Tafeln Schokolade in meiner Geburtstasche, in meiner Kliniktasche, weil ich dachte so, okay, nach der Geburt kann ich ja den Schwestern und den Ärzten eine Freude machen, weil sie mir so gut geholfen haben. Und ich habe original acht wieder mitgenommen. Ich habe mich nämlich nur an zwei nette Gesichter erinnert und eine davon war die Putzfrau, die jeden Tag mein Zimmer aufgeräumt hat und mich immer gefragt hat, oh, ist das ein Junge, ist das ein Mädchen, wie heißt er, wie heißt sie, wie geht's ihm? Und ja, sie war eines der zwei netten Gesichter aus dem ganzen Krankenhaus. Und mein allergrößtes Problem war eigentlich, dass ich unbedingt stillen wollte. Und es hat halt am Anfang nicht geklappt. Und dafür habe ich echt oft geklingelt, weil es war mir wirklich egal, wenn wieder eine Schwester kommt und sich denkt, was wollen sie? Weil es war mir sehr wichtig, dass das klappt. Und ich habe regelmäßig geklingelt, weil sobald mein Kind so Anzeichen von Hunger gegeben hat, dann habe ich geklingelt und dann kam meine Schwester, irgendeine, und ich habe gefragt, können Sie mir bitte beim Anlegen helfen? Und die ersten Male hat es, wie gesagt, nicht geklappt, aber eine Schwester oder mehrere haben das gesagt, es ist irgendwie so ein Phänomen, dass es in den ersten 24 Stunden nicht klappt bei Jungsbabys. Ah ja, okay. Nach 24 Stunden kann ich euch sagen, hat es mit dem Stillen immer noch nicht geklappt. Er hat einfach nicht andocken können. Dann hat irgendwann eine Schwester gesagt, sag mal, es ist jetzt doch schon 24 Stunden vorbei. Warum klappt das immer noch nicht? Das ist nicht normal. Und ich finde, sowas sollte man für sich behalten. Aber ich habe mir eigentlich keine Sorgen gemacht, weil meine Hebamme hat gesagt, es ist vollkommen okay, in den ersten Tagen wird das Kind abnehmen, es kann auch drei Tage lang hungern, bis der Milcheinschuss kommt, kein Problem. Hast du schon mich gehatet? Ob ich dich schon gehatet habe? Habe ich dir was falsch gemacht? Nee, ich habe dich nicht gehatet. Der einzige Grund, wofür ich Dirk überhaupt haten könnte, wäre eigentlich, dass er das alles nicht wusste und alles nicht wahrgenommen hat. Also er hat meinen Pain einfach nicht wahrgenommen. Er dachte sich auch so, warum regt sie sich so viel auf? Aber wenn Leute, die dir helfen sollten, immer eine plumpe Antwort geben, die nicht mal nah dran an nett ist, dann staut sich das an und dann will man nur noch dieses Krankenhaus verlassen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe übelst oft geklingelt fürs Stillen, weil auch wenn eine Schwester reingekommen ist, die erst mal so plump sagt, was wollen sie? Dann sage ich einfach, was ich möchte und zwar, dass sie mir beim Anlegen hilft. Weil wie gesagt, dadurch, dass ich nicht sitzen konnte und auch nicht stehen konnte, also nicht sollte, brauchte ich sehr viel Hilfe. Ich brauchte Stillkissen. Das Kind musste so perfekt liegen und ich musste auch irgendwie halb liegen und ja, ich brauchte sehr viel Hilfe. Aber irgendwann hat mir eine Schwester einfach 20 Milliliter Prämilch gegeben, also so eine Flasche in die Hand gedrückt, obwohl ich bei der Krankenhausanmeldung gesagt habe, dass ich nicht zufüttern möchte. Und dann könnt ihr euch mal vorstellen, ich hoch emotional voller Hormone, ich habe Schmerzen, ich habe ein schreiendes Baby in der einen Hand, eine Präflasche in der anderen Hand. Was habe ich gemacht? Ich habe mein Kind zugefüttert, obwohl ich das eigentlich nie wollte. Was im Nachhinein überhaupt nicht schlimm ist. Ich hatte nur immer Angst, so ja, wenn man mit Prämilch direkt startet oder mit Zufüttern startet, dass das mit dem Stillen nie wieder klappen wird, weil ich einfach eine Neumama war und Angst hatte. Aber im Nachhinein, das war überhaupt nicht schlimm. Was ich mir aber halt zu der Zeit gedacht habe, ist, wenn mich die Schwestern gefragt haben, ob wir vielleicht zufüttern wollen, habe ich ja eigentlich in der Regel nein gesagt. Und da habe ich mich halt gefragt, so was ist euer Problem, dass mein Kind schreit? Wir sind auf der Wochenbettstation, hier schreien alle Kinder. Einmal wurde ich halt auch so gefragt, als mein Kind halt geweint hat, wollen Sie vielleicht einen Schnuller haben? Ich kann Ihnen einen Schnuller bringen oder haben Sie einen Schnuller mit? Und da meinte ich so, scheiße, ich habe mir eigentlich noch nie darüber Gedanken gemacht, ob ich meinem Kind einen Schnuller geben möchte. Und ich hatte keinen, ich hatte noch nie einen Schnuller gekauft. Ich habe auch als Vorbereitung gar keinen Schnuller gekauft, weil ich dachte, dass ich das vielleicht später einführen möchte. Ich hatte Angst vor Saugverwirrung, bla bla. Dann meinte ich, nee, ich habe keinen Schnuller da. Dann sie so, wollen Sie einen Schnuller? Ich so, nee, ich glaube nicht. Wieso, was haben Sie denn gegen Schnuller? Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich Schnuller benutzen möchte oder nicht. Das war dann meine letzte Antwort. Sie wollen, dass mein Kind auch hört zu schreien, weil sie wahrscheinlich genervt sind, aber es ist doch normal auf der Wochenbettstation. Ja, man hat sich nicht so willkommen gefühlt oder irgendwas Positives gefühlt. Noch ein Riesenproblem, was ich hatte in diesem Krankenhaus, war das Thema Rassismus. Ich möchte hier nicht alle Beispiele nennen, weil ich das dann sonst wieder durchgehen muss, aber ein paar. Also, so bei jedem Schichtwechsel kam ja immer eine neue Schwester. Die Schwester, die mich gerade betreut hat, ist dann immer so bei mir. Und dann kommt eine neue und die machen eine Übergabe. Und dann, wenn die neue Schwester reingekommen ist, das ist sehr oft passiert, hat sie die aktuelle Schwester erst mal gefragt, kann die Patientin eigentlich Deutsch? Dann hat die aktuelle Schwester dann gesagt, ja, sehr gut sogar. Das Ding ist, es wurde immer vor meinen Augen gefragt, ob ich überhaupt Deutsch kann, anstatt einfach mit mir Deutsch zu reden und zu gucken, ob ich Deutsch kann, weil es wird an der Situation nichts ändern. Weil, wenn ich es nicht kann, also wenn ich die deutsche Sprache nicht kann, dann wird sie es schon merken und sie muss dann trotzdem mit mir klarkommen. Deswegen, das so penetrant vor meinen Augen zu fragen, ist einfach unnötig. Das gipfelte dann in dem Höhepunkt, als die angefangen haben, mich als Dolmetscherin zu benutzen. Einfach mal so reinkommen und fragen so, Frau Müll, können Sie eigentlich auch Wiedermäßig? Ja, Wiedermäßig kann ich auch. Können Sie mal kurz kommen und hier was übersetzen? Und ich habe es tatsächlich gemacht, aber nicht für die Pflegekräfte. Ich habe es nicht für die gemacht. Ich habe es für die Frau neben mir gemacht, mit Problemen, damit ich ihr helfen kann. Damit ich ihr sagen kann, dass sie ihr Kind nicht zu fest wickeln soll, weil ihr Kind hat eine Hüftfehlstellung. Ich habe es nicht für die Pflegekräfte gemacht, das Dolmetschen. Ich bin nicht aufgestanden, obwohl ich nicht aufstehen sollte, für die Pflegekräfte, sondern für die Frau neben mir. Oder einmal, da wurde mir gesagt, ich soll viertel neun im Kreißsaal sein. Und ich war ja natürlich mega verwirrt, weil ich ja voller Emotionen bin und ich war ja eigentlich noch schwanger, weil das Baby war noch nicht da und deswegen hatte ich so Schwangerschaftsdemenz. Und sie sagt mir so, viertel neun im Kreißsaal. Ich so, meinen Sie 20.15 Uhr? Und dann sie so, sind Sie hier nicht zur Schule? gegangen und zum Blick war ich da noch sehr selbstbewusst, sagen wir mal so. Ich hatte die Geburt noch nicht hinter mir und ich habe ja ganz plump geantwortet, doch, ich war hier in der Schule. Aber viertel vor neun sage ich nicht und werde ich niemals sagen. Das macht nämlich keinen Sinn. Und ja, sie hat sich natürlich ganz doll beleidigt gefühlt, weil ich die deutsche Sprache kurz beleidigt habe. Aber ja, sie ist davon ausgegangen, dass ich einfach nicht auf der Schule war. Also, sie hat mich zuerst beleidigt. Alles in allem kann ich euch nur ans Herz legen, euch mental vorzubereiten, wenn ihr ins Krankenhaus geht, egal ob ihr entbindet oder ob ihr eine andere OP habt, weil ihr seid in einer Situation, wo ihr besonders verletzlich seid und auf Hilfe angewiesen seid. Wenn dann solche Situationen entstehen, die unangenehm sind, versucht sie einfach zu ignorieren oder sogar drüber zu lachen, so, haben sie das jetzt ernst gefragt? Oder war das jetzt ein Spaß? Ja, bereitet euch mental vor, seid stark, lasst euch nicht alles gefallen. Ich weiß, sie müssen euch helfen so und ihr seid auf sie angewiesen, aber wiederum bezahlt ihr ja auch für die Dienstleistung, auch wenn sie schlecht bezahlt werden vom Gesundheitssystem. Ja, also, man muss sich nicht alles gefallen lassen, das ist Fakt. Ich kann euch auf jeden Fall nicht empfehlen, in dem Krankenhaus zu entbinden, wo ich war. Es ist ein ganz großes Krankenhaus in Friedrichshain, das ganz große da. Ihr wisst schon, was ich meine, da nicht. Ich hoffe einfach von tiefstem Herzen für euch, dass ihr eine etwas einfachere Geburt habt, als ich. bei mir ist schon stärkere Geburtsverletzung, das ist nicht so üblich. Deswegen hoffe ich, dass ihr eine etwas einfachere Geburt habt, als ich erstens und zweitens, dass euer Partner oder vielleicht eine andere Person, die euch nahesteht, 24 von 7 an eurem Bett sein kann und Windeln wechseln kann und Kühlbinden holen kann und Tee machen kann. Das hoffe ich von vollstem Herzen für euch. Denn alles, was eine Mutter nach der Geburt zu machen hat, ist im Bett zu liegen, mit ihrem Kind zu kuscheln und das einzige Anstrengende ist vielleicht das Stillen und das war's. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich habe natürlich vorher alles aufgeschrieben, irgendwie, damit es nicht so ganz durcheinander ist und ich hoffe, es ist nicht durcheinander geworden. Das ist der Geburtsbericht Teil 2. Jetzt kann ich damit abschließen und wie gesagt, folgt gerne meinem neuen Vlog-Kanal, da möchte ich mehr so auf persönliche Themen eingehen und dann sehen wir uns hier zum nächsten Reaktionsvideo. Tschüss!